Als eCAD-Programm zeige ich hier kurz, wie ihr KeyCAD Gerber-Files exportiert, um sie nachher in eurem Cam-Programm, FlatCam, weiter zu verarbeiten und dann zu fräsen. Man startet in KeyCAD immer mit einer Schaltung. Man hat diese entweder selbst gezeichnet oder runtergeladen. Das hier ist als Beispiel von Adafruit ihre aufnähbaren LEDs. Und das hier ist der Schaltplan. Und wir gehen dann weiter in den Platinen-Editor. Und im Platinen-Editor ist diese Platine schon fertig gezeichnet. Wir sehen hier zwei Bohrlöcher, einmal die Pads für Delete, einmal die Pads für den Widerstand. Und hieraus müssen wir dann die Datei exportieren, um sie dann in FlatCam weiter bearbeiten zu können. Dafür gehen wir auf Datei, dort auf Plotten. Und hier können wir jetzt auswählen, welches Format wir exportieren wollen. Man kann hier auch SVG, DXF für einen Laser oder sonstige Dinge exportieren. Wir wollen Gerber-Files exportieren. Dann lässt sich auswählen, welche Lagen wir exportieren wollen. Wenn ihr eine einseitige Platine machen wollt, sind es hier die Front Copper, also das vordere Kupfer, das man exportieren möchte. Hier wäre das rückseitige Kupfer. Das sind einige Optionen. Was für uns interessant ist, ist das Front Kupfer und die Edge Cuts. Die Edge Cuts ist der Rand der Platine, was nachher ausgeschnitten werden muss. Diese Werte hier könnt ihr soweit übernehmen. Wichtig ist, Ursprung der Drill Place Datei verwenden. Das führt dann dazu, dass nachher die Drill Datei auf demselben Ursprung ist und man nichts versuchen muss zu alignen und übereinander zu legen. Dann mit Plotten wird die Datei erzeugt und gespeichert. Und dann müsst ihr noch auf Bohrdatei erzeugen gehen. Und hier werden noch die Bohrdateien erzeugt. Wir wollen ein Exelon Dateiformat exportieren. Am besten die PTH und NPTH Bohrungen in einer Datei. Und auch wieder wichtig, Drill Place Ursprung. Und ganz, ganz wichtig hier, die Einheiten sind in Millimeter. Das geben wir nachher auch in Flatcam als Millimeter an. Einfach immer Millimeter. Dann passiert es hier nicht, dass man plötzlich irgendwo Zoll hat und verwirrt ist, weil die Größen gar nicht mit Zollen passen. Dann auf Bohrdatei generieren. Und es wurde hier die Bohrdatei erstellt. Wir sehen hier, wurde eine Drill Datei erstellt. Und hier wurden GBR, das sind Gerber Files, erstellt. Und mit diesen können wir jetzt in Flatcam weitermachen.